Das Hilfsverb sein Auf die Frage, кто это, wer ist das, kann wie folgt geantwortet werden. Это Maxim Petrovich. Das ist Maxim Petrovich. Это Wadim und Katja. Das sind Wadim und Katja. Im Deutschen steht das Hilfsverb sein im Präsens. Im Russischen fällt es. Deshalb lautet die Regel. Im Russischen gibt es im Gegensatz zum Deutschen keine Präsensform des Hilfsverbs sein. Genauso ist es bei der Frage, что это, was ist das? Это Шоколад. Das ist Шоколаде. Эта Банан. Das ist eine Banane. Die Präsensform des Hilfsverbs sein wird auch hier im Russischen nicht wiedergegeben. Die Präsensform des Hilfs!? Hoci- und Katja. Die Präsensform des Hilfs ... ... Untertitelung. BR 2018